Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video. Ich würde sagen, dieses Video ist so ein bisschen Trading für Anfänger oder Trading für Beginner, gerade weil doch Interesse offensichtlich entstanden ist beim letzten Video, ich das Ganze aber nicht so wirklich einfach erklärt habe. Da haben wir dann einen Kommentar bzw. auch Nachrichten zu bekommen, ob wir das Ganze vielleicht nochmal einfacher erklären können. Deswegen werden wir das Ganze oder ich jetzt in dem Fall das Ganze jetzt einmal machen. Das Ganze wird aus zwei Teilen bestehen und zwar einmal aus der Theorie. Das wird dieser Teil hier sein. Ich werde ein paar Begriffe erklären, so ein bisschen die Theorie dazu erklären und dann gucken wir uns das Ganze im zweiten Teil auf unserem anderen Kanal, auf unserem Zweitkanal nochmal in der Praxis an. Dort machen wir eh immer Trading-Videos, deswegen, wenn euch Trading interessiert, gerne auch nochmal rüber gucken. Dort werde ich dann in einem Broker das Ganze wirklich umsetzen, also einmal eine Position umsetzen und euch eins zu eins zeigen, wie man das Ganze dann machen kann, egal ob man dann auf fallende oder auch auf steigende Kurse wettet. Das heißt also jetzt erstmal Theorie, zweiter Teil, dann Praxis. Wird auf jeden Fall sehr interessant für euch sein, wenn ihr dann diesen Teil hier auch gut fandet bzw. wenn euch Trading dann interessiert. Und ich habe gerade absichtlich gesagt, wetten auf fallende bzw. auf steigende Kurse, denn dafür gibt es Begriffe. Diese Begriffe, das ist das, was ihr oft wahrscheinlich lest, wenn ihr zum Beispiel euch mal bei einem Broker anguckt, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Es gibt einmal Long und einmal Short. Wir haben jetzt einmal die Long-Position, das heißt letztendlich nichts anderes, als dass ich davon ausgehe, dass die Aktie steigt. Heißt also, die Aktie ist zum Beispiel bei 100 Euro, es gibt die nächste Woche Quartalzahlen und ich gehe davon aus, dass nach den Quartalzahlen die Aktie extrem steigt. Dann könnte ich natürlich jetzt zum Beispiel die Aktie kaufen oder Zertifikate und in dem Fall könnte man das Ganze dann so machen, dass man jetzt einfach einkauft, davon ausgeht, die Aktie geht auf 110 Euro und danach verkaufe ich wieder. Also Long-Position auf steigende Kurse wetten. Zu den Zertifikaten und so, zu der Erklärung komme ich dann gleich nochmal. Ich möchte erstmal ganz kurz das abarbeiten, deswegen kommen wir jetzt direkt mal zur Short-Position. Short-Position, genau das Gegenteil, heißt nichts anderes, als dass ich auf fallende Kurse wette. Zum Beispiel wieder gleicher Preis, meine Aktie oder Rohstoff, auf was ich jetzt auch immer gerne wetten möchte, sollte fallen. Davon gehe ich zumindest aus, zum Beispiel auch wieder vor den Quartalzahlen, wo ich gehe in diesem Fall davon aus, dass die Zahlen schlechter werden, als die Analysten erwartet haben. Dann möchte ich natürlich irgendwie von fallenden Kursen profitieren können. Ich habe die Aktie zum Beispiel im Depot und ich weiß, ich will sie jetzt nicht verkaufen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass sie fällt. Wie kann man das umsetzen? Indem man eine Short-Position aufbaut. Ebenfalls könnte man das Ganze wieder über Zertifikate machen, über Lehrverkäufe, über CFD und so weiter und so fort. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal dazu. Wenn ich diese Positionen aufgebaut habe, die Aktie fällt, verkaufe ich sie und dann habe ich dadurch natürlich Plus gemacht. Ich habe ja schließlich auf fallende Kurse gewettet. Heißt also ganz einfach gesagt, Long, ich wette auf steigende Kurse, Short, ich wette auf fallende Kurse. Ich denke aber, das Ganze sollte jetzt relativ klar sein. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wie setze ich das Ganze um und warum setze ich das Ganze natürlich auch um? Man muss natürlich immer einen Grund haben, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ja, mein Bauchgefühl sagt mir jetzt, morgen fällt der Gesamtmarkt, deswegen mache ich jetzt eine Short-Position beziehungsweise wette auf fallende Kurse. Das ist jetzt vielleicht nicht so wirklich der richtige Ansatz. Das heißt also, wir müssen schon irgendwie uns dabei überlegen, warum das Ganze. Ich persönlich mache das Ganze immer nach Chart-Technik. Das ist das, was ich euch dann in dem Praxisvideo einmal erklären werde. Viele von euch kennen das sicherlich. Wir haben einen Chart, der prallt immer an bestimmten Ecken ab. Das heißt also zum Beispiel eine Aktie, die liegt immer so in Richtung 105 Euro. 100 ist dann doch eine relativ wichtige psychologische Marke. Der Kurs fällt der Aktie in Richtung 100 und prallt dann direkt von 100 wieder ab in Richtung 105 Euro. Und dadurch können immer generell Muster entstehen. Und diese Muster möchte ich gerne ausnutzen. In diesem Beispiel jetzt, die Aktie fällt Richtung 100 Euro, steigt leicht wieder auf 100 Euro und 50 Cent. Und jetzt bin ich der Meinung, da sie jetzt dort abgeprallt ist von unten, gehe ich jetzt davon aus, dass die Aktie steigt. Und ja, genau, jetzt nehmen wir also eine Long-Position, weil ich gehe davon aus, dass sie in Richtung 105 Euro steigt. Und dementsprechend wette ich halt natürlich auf den steigenden Kurs. Wenn das Ganze dann so klappt, dann würde ich dann bei 105 Euro zum Beispiel wieder aussteigen, dort, wo der nächste Widerstand ist. Das heißt also, wir haben Unterstützung zum Beispiel bei dieser 100 Euro, wo der Kurs dann von unten hin weg abprallt. Aber vielleicht haben wir dann auch einen Widerstand oben und das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir das Ganze, was wir jetzt an der Unterstützung haben, auch von unten hin haben. Zum Beispiel wieder eine psychologisch wichtige Grenze oder ein Punkt, der sich aus diesem Muster ergibt. Zum Beispiel die Aktie ist immer wieder an 105 Euro gescheitert und fällt wieder nach 100 Euro. Das heißt also, die geht immer zwischen 100 und 105 hoch und runter, hoch und runter. Und dann steigen wir aus dieser Position halt bei 105 Euro wieder aus. Im schlimmsten Fall ist es so, dass die Aktie vielleicht fällt in Richtung 99 Euro und dann werde ich die Position verkaufen. Natürlich mit Verlust, sollte klar sein, das Ganze ist ja gegen uns gelaufen in dem Fall. Also verkaufe ich das Ganze mit Verlust, weil ich davon ausgehe, dass dieses Muster gebrochen ist und wir jetzt einen weiten Wegfall nach unten haben. Das heißt also, vielleicht sind wir nächste Woche nicht mehr bei 99 Euro, vielleicht sind wir dann bei 90 Euro, weil wir jetzt halt die nächste Unterstützung, in dem Fall jetzt wieder, wo ich gerade drüber gesprochen habe, immer in Richtung 100 Euro, psychologische Marke, diese Unterstützung, weil die nächste vielleicht bei 90 Euro liegt. Das werde ich euch dann nochmal ganz genau natürlich erklären in der Praxis. Ich denke mal, das könnte dann um einiges leichter sein, wenn ich das dann dort einmal anzeichne bzw. euch zeige. Deswegen werde ich das Ganze jetzt nicht noch genau erläutern, aber ihr versteht sicherlich, worauf ich hinaus will. Dafür zum Beispiel wäre eine Long-Position oder eine Short-Position in dem Fall, also Trading, doch durchaus sinnvoll. Andere Möglichkeit, wie das Ganze sinnvoll ist, ist zum Beispiel, ich habe ETFs. Ich habe ein MSCI World als Beispiel oder ein Nasdaq ETF. Wir kommen langsam immer höher und höher und jetzt möchte ich meinen ETF nicht verkaufen, obwohl die Marktlage vielleicht gar nicht so gut ist. Wir haben zum Beispiel eine hohe Inflation, was wir halt gerade wirklich haben. Wir haben einen Krieg ebenfalls und dann mit Pech auch noch das ein oder andere Problem, zum Beispiel durch Corona in China. Und deswegen gehe ich jetzt doch davon aus, dass meine Kurse fallen. Ich möchte meinen ETF aber nicht verkaufen, weil das ist mein langfristiges Investment. Da möchte ich nichts dran rütteln. Was kann ich jetzt machen? Ich kann meine Position natürlich absichern, indem ich jetzt sage, ich möchte jetzt trotzdem Gewinn machen, auch wenn der Kurs fällt. Das ist so die andere Möglichkeit, die wir dann also benutzen können oder wo Trading dann durchaus auch Sinn macht. Heißt also, wir kommen jetzt nach oben. Der Nasdaq sieht jetzt so langsam aus, als würde er fallen. Die gesamte Weltmarktlage gibt das gerade auch nicht her, dass er weiter steigt. Das ist nur als Beispiel. Und ich möchte jetzt also auf fallende Kurse werden. Anders gesagt, ich möchte eine Short-Position aufbauen. Diese Short-Position baue ich jetzt also zum Beispiel auf, indem ich jetzt in dem Fall wieder ein Zertifikat nehme und sage, ich gehe jetzt davon aus, dass der Markt fällt. Und da nehme ich jetzt als Beispiel 50 Euro. Ich habe jetzt einen ETF, der ist 1000 Euro wert. Ich nehme jetzt erstmal 50 Euro. Und damit wette ich jetzt letztendlich darauf, dass der Kurs fällt. Damit kann ich jetzt meine Position natürlich absichern, ohne in meinem richtigen Portfolio wirklich Aktien oder ETFs verkaufen zu müssen. Denn wenn der jetzt fällt, dann wird aus meinen 50 Euro, dadurch, dass ich natürlich darauf gewettet habe, dass dieser Nasdaq zum Beispiel, also der Indy-C, in dem Fall Nasdaq, DAX oder sonst was fällt. Dadurch bekommt er natürlich einen Wert dazu. Und ich habe Geld gemacht, beziehungsweise ich habe nicht so viel Geld verloren. Dadurch, dass mein ETF natürlich sinkt, aber ich durch diese Short-Position natürlich Plus gemacht habe, habe ich nicht ganz so viel Geld verloren, als hätte ich gar keine Position aufgebaut. Das heißt also, das sind so eher die großen Möglichkeiten, warum ich jetzt zum Beispiel trade. Die beiden also entweder zum Beispiel zum Dazuverdienen. Ich gehe immer davon aus, dass man jetzt hier an der Unterstützung abprallt oder am Widerstand. Oder ich sage, die Wirtschaft zum Beispiel ist gerade nicht so gut. Ich möchte aber meine ETFs, meine Aktien, meine, was soll ich auch immer, auch nicht verkaufen. Und deswegen möchte ich jetzt das Ganze über eine Short-Position absichern. Das also einmal dazu. Kommen wir mal dazu, wie man das Ganze umsetzen kann. Man kann das Ganze über CFDs zum Beispiel umsetzen. Man kann das natürlich auch über Zertifikate umsetzen. Da müsst ihr euch natürlich überlegen, was möchtet ihr. Ich verlinke euch mal das Ganze so ein bisschen, was sind K.O.-Zertifikate. Da haben wir nämlich einzelne Videos extra dazu gemacht. Das verlinken wir euch dann extra nochmal. Da könnt ihr dann gerne reingucken. Das wäre jetzt zu lang, wenn ich jetzt alles einzeln erkläre. Ganz kurz gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zertifikat habe mit einem Hebel. Das heißt also, wenn die Aktie zum Beispiel 1% steigt. Ich habe ein Zweierhebel, also ein Hebel von 2. Dann steigt mein Zertifikat um 2%. Jetzt so ganz, ganz einfach gesagt. Das funktioniert im Prinzip einfach gesagt über einen Kredit, den man aber nicht wirklich aufnimmt. Also über ein Zertifikat. Um das jetzt mal so ganz einfach zu erklären. Und dadurch, dass ich jetzt eine größere Kraft habe, eine größere Wirkung habe, kann ich natürlich mit weniger Geld einfach mehr Geld machen. Desto höher der Hebel, desto höher wird es natürlich. Desto höher ist aber auch natürlich das Risiko, dass ihr dort dann alles verliert. Da ist wichtig zu sagen, es gibt auch natürlich Broker, zum Beispiel K.O. Zertifikate. Könnt ihr bei dem einen oder anderen kaufen. Da kann man nicht mehr verlieren, als man reinsteckt. Also da braucht ihr jetzt keine Sorgen machen, dass ihr da jetzt in Anführungszeichen mal, wie ich gerade erwähnt hatte, den Kredit dann aufnehmt und dann jetzt irgendwie nächste Woche mit Pech irgendwie 50 Euro reinsteckt und dann 100 Euro nochmal draufzahlen müsst. Das passiert dort nicht. Das K.O. Zertifikat ist dann ausgenockt. Das heißt, dann ist halt einfach Schicht im Schacht. Das geht sowohl nach oben als auch nach unten. Dann gibt es zum Beispiel für Short, also dass ich auf feine Kurse wette, leer verkäufe. Das heißt also, ich habe jetzt ganz, ganz einfach gesagt, gar keine Aktien. Ich gehe aber davon aus, dass Aktie 1 jetzt um 50 Euro fällt, von 150 auf 100 Euro. Ich leihe mir jetzt eine Aktie bei jemandem anders, verkaufe diese Aktie jetzt sofort, für diese 150 Euro, die sie am Markt gerade wert ist. Jetzt muss ich natürlich eine Gebühr dafür zahlen, dass ich mir diese Aktie leihen kann oder leihen darf. Darum sollte es aber nicht gehen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch zu komplex. Und dann ist es aber so, dass der Markt wirklich für mich läuft. In vier Wochen ist es so, dass ich die Aktie zurückgeben muss, die ich mir jetzt geliehen habe. Und in vier Wochen steht der Kurs jetzt nicht mal bei 150 Euro, sondern bei 120 Euro. Was mache ich jetzt also? Ich kaufe eine Aktie wieder am Markt ein für 120 Euro und gebe diese Aktie wieder zurück. Das heißt also, ja, letztendlich habe ich 30 Euro Gewinn gemacht. Denn ich habe diese Aktie, die ich geliehen habe, ja am Anfang für direkt, als ich sie geliehen habe, für 150 Euro verkauft und habe jetzt eine Aktie für 120 Euro wieder eingekauft. Anders gesagt, 30 Euro Gewinn, Gebühren und so weiter kommen natürlich dazu. Das ist selbstverständlich. Aber um das jetzt ganz einfach zu erklären, ist klar, dadurch habe ich jetzt den Gewinn gemacht. Mit Zertifikaten habe ich gerade schon erklärt, haben wir dann natürlich eine andere Wirkung. Ihr könnt das Ganze natürlich auch per CFD umsetzen. CFD, das ist ein schönes Derivat, beziehungsweise ein schönes Finanzinstrument. Und damit könnt ihr auch sehr gut traden. Ich versuche das mal ganz, ganz kurz, ganz einfach zu erklären. Ausführlich würde das jetzt hier ebenfalls den Bereich komplett sprengen. CFD steht für Contract for Difference. Und das heißt natürlich übersetzt einfach nur Differenzkontrakt. Das, wie ich schon gesagt habe, ist ein Finanzinstrument. Ich versuche es jetzt ganz einfach damit mal zu erklären. Ihr möchtet jetzt eine Long-Position aufbauen, beziehungsweise baut einfach eine Long-Position auf. Ihr bekommt jetzt von dem Anbieter eine virtuelle Aktie. Dafür müsst ihr jetzt eine Sicherheitsleistung hinterlegen bei ihm. Der Aktienkurs steigt jetzt zum Beispiel. Und wenn ich dann jetzt gerne diese Position wieder schließen möchte, gebe ich dem Anbieter die Aktie wieder. Ich bekomme dann die Differenz, die dort zustande gekommen ist. Also zwischen dem Kaufkurs und dem Kurs, in dem ich das CFD, beziehungsweise die Aktie wieder abgegeben habe. Diese virtuelle Aktie natürlich nur. Den bekomme ich wieder. Außerdem bekomme ich das Geld, was ich hinterlegt habe, wieder. Short ist das Ganze natürlich genau andersrum. Das heißt, also ich bekomme wieder diese virtuelle Aktie, um das ganz einfach zu sagen. Der Kurs fällt und ich bekomme diese Differenz dann natürlich andersrum, weil ich da ja short gegangen bin. In Plus wieder ausgezahlt, wenn ich sie zurückgebe, diese virtuelle Aktie. Und bekomme natürlich meine Sicherheitsleistung wieder. Das also einmal ganz kurz dazu. Also ganz einfach erklärt. Ich weiß, da hängt noch viel mehr mit dran. Aber um das jetzt mal sehr leicht zu erklären und damit könnt ihr natürlich auch diese Short-Position umsetzen oder halt wie gesagt auch die Long-Position. Das also zu dem einen oder zu dem vorletzten Thema. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema. Und das ist jetzt eine Sache, die schon so ein bisschen in das Praxis-Video reingeht. Und deswegen möchte ich da jetzt nur ganz kurz drüber sprechen. Und zwar braucht ihr natürlich auch ein Werkzeug dafür. Es bringt nichts, einfach nur zu sagen, ich möchte jetzt irgendwo was kaufen oder einen CFD oder was weiß ich. Vielleicht auch ein anderes Derivat wie ein K.O.-Zertifikat kaufen. Sondern ich möchte das Ganze natürlich auch irgendwie umsetzen. Und das kann nicht jeder Broker. Ich werde euch das Ganze per CFD einmal zeigen in dem Praxis-Video. In dem Fall weiß ich noch nicht ganz genau. Entweder ich werde FP Markets oder auch Naga benutzen. Da könnt ihr auch gerne schon mal reingucken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr also schon mal auch vor dem Video oder wenn ihr das Video angeguckt habt, reingucken. Wir werden euch die beiden auf jeden Fall einmal verlinken. Dann, wie gesagt, gucken wir jetzt also mal rein. Dort können wir das Ganze per CFD machen. Dafür brauchen wir natürlich ein Basisbeispiel. Ich gehe jetzt davon aus, als Beispiel, dass Apple fällt. Das heißt also, mein Basiswert ist Apple. Den können wir beliebig ersetzen. Das kommt natürlich auf dem Broker drauf an. Aber bei den meisten gibt es dann halt Indizes. Zum Beispiel den Nasdaq, den US-30, anders gesagt der Dow Jones. Aber auch zum Beispiel den DAX und so weiter und so fort. Oder auch Öl, Holz und so weiter. Und diesen Basiswert, da möchte ich jetzt zum Beispiel eine Short-Position aufbauen. Das heißt also, ich gehe jetzt bei dem Broker hin und baue dann jetzt dementsprechend dort eine Long- oder eine Short-Position auf. Je nachdem, in welche Richtung ich das Ganze jetzt machen möchte. Dafür könnt ihr euch natürlich den einen oder anderen Broker mal angucken. Was bezahle ich jetzt eigentlich dafür? Um das jetzt auch nochmal ganz kurz vorweg zu nehmen. Ich bezahle dann bei CFD zum Beispiel eine Swap-Gebühr. Das heißt also eine Übernachtungsgebühr. Ich zahle jetzt eine Gebühr dafür, dass ich dieses CFD von heute auf morgen mitnehme. Im Prinzip also nicht verkauft habe. Und ich zahle zum Beispiel einen Spread. Wenn ich verkaufe, kriege ich für die Aktie 99,90 Euro. Wenn ich die Aktie kaufe, zahle ich 100 Euro. Das heißt also, diesen kleinen Spread muss ich dann dementsprechend auch zahlen. Und um das Ganze jetzt dann natürlich ausführlicher zu euch mal rüber zu bringen, werden wir das Ganze dann einmal beim Broker machen. Da würde es uns natürlich oder mich freuen, wenn ihr einfach dann vorbeiguckt und dann dementsprechend einfach rüber auf den anderen Kanal geht. Vielleicht sogar abonniert schon und liked. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze war jetzt etwas ausführlicher und auch einfacher für Anfänger erklärt. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.